WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ich darf heute etwas Besonderes präsentieren. Es ist heute Turkish Night. Also folgt mir. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Die Gästebetreuerin bietet mir gerade an, dass ich mal etwas probiere. Das ist ein traditionelles Essen, da ist ein bisschen mehr Hackfleisch drin und mit sehr viel Gewürzen. Das ist auch sehr scharf, für die Touristen extra nicht so scharf, wie es sein sollte. Ich probiere das dann mal. Die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin. Die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin. Die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin bietet die Gästebetreuerin. Das nennt sich Kuttelnsuppe. Ich darf mal kurz zeigen, da. Dies ist Kuttelnsuppe. Und das andere ist Linsensuppe. . Die Gästebetreuerin bießen. Ein reichhaltiges Käsebuffet ist vorhanden. Nun kommen wir wieder zu den Salaten. Extra Tablette, oh wie wunderschön, ein Halbkohl mit Herzen, hübsch gemacht. Hier verschiedenes Essen, z.B. Fleisch im Kress, gedämpfter Fisch, gegrillte Auberginen mit Hackfleisch, gefüllte gemischte Gemüse, Hähnchentopf Kaffee schmeckt besonders lecker und Lammfleisch darf natürlich nicht fehlen. Blätterteig gefüllt mit Käse. Hier auch nochmal Blätterteig. Diese Zohnen mit Pastrami. Oh super, Lammbraten. Das sieht doch toll aus, oder? Sehr lecker, sehr lecker, mit verschiedenen Soßen und Reis, riesengroße Reispanne. Oh, er sagt lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Super lecker. Nein, danke. Nein, danke, ich möchte heute nicht. Was ist das türkische Fladen Spezialität? Super, das werde ich auch noch probieren. Kumpir. Was ist Kumpir? Kartoffeln, Kartoffeln. Ah, eine Art Kartoffeln. Kumpir. Das kann ich noch nicht. Super, ganz frisch hier, alles zubereitet. Hallo, schönen guten Abend. Wie nennt man das? Türkisch Dessert Spezial. Künefe. Künefe. Es nennt sich Künefe. Künefe. Hier haben wir türkische Ravioli. Hallo, guten Abend. Meine Führung geht weiter. Dies sind Weizentampfen. Oh, frisch gegrillte Hähnchen. Na. Chicken Hähnchen. Farmvous champagne. Kartoffeln. Mit. Ehem, gazelle M波. Oh, weil sudah, was diestore. Wooing! Was ist das? T 묻 ist bei Osteregerin. Nie nehme Pappe. 크�ium. Moment, Moment, Semi-Glas-Dusen und die sind Adana, Adana-Kebab. Sieh, der Herr, der die Adana-Kebab grillt. Guten Abend. Und hier noch mal gegrilltes Gemüte. Oh, Bier. Wie wär's denn mit Döner? Ja, ich stehe hier voll vor einem Dönerspieß. Größer kann er wohl auch nicht sein. Hier noch einer, Döner. Ah, das eine war Hähnchendöner, das andere ist Lammdöner. Sehr, sehr lecker. Ja, da habe ich schon einige Spezialitäten türkischer Art vorgestellt, nicht wahr? Mal schauen, meine Führung geht weiter zu den Desserts. Noch die Salat-Zutaten. Ja. 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 Da wird gerade frisch der Salat zugereitet. Noch besser geht's nicht. Super. Voll. Ja, muss alles gekonnt sein. Und zwar. Das muss ich auch noch erwähnen. Frischer Ananas wird gerade frisch geschnitten. Wie man sieht. Frisch geschnittener Ananas. Oh, die Tochter muss erwähnt werden. Sieht ja verdammt schick aus. Nun präsentiere ich noch mal die ganzen Desserts. Nice Job ist geschwiegt! Das ist die Giuseppe. Und dann wieder's macht es so kein Ernst at proscien. Wer immer diese Bäckereien hier zubereitet. Hat jeden Abend super geschmeckt. Thank you very much. Alles Liebe, alles gut für die Küche. Kommt wieder. Danke. Super. Hier noch ein Blick auf die tollen Desserts. Wenn ich das alles sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen und ich bekomme jetzt langsam Hunger. Also beende ich die Führung jetzt fast. Ja. Und werde mich dann erstmal gemütlich an einem Tisch sitzen und selber genießen. Hier haben wir noch besondere Weine. Darf ja auch nicht fehlen. Ah, das ist ein Krimi-Sex-Sarab. Aha. Kadei. Super. Super. Wie schmeckt der? Darf ich mal probieren? Ja. Mal schauen. Ich probiere den Sekt mal. Hallo. 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 Mal Tisch. Mal Tisch. Mal Tisch. Mal Tisch. Mal Tisch. Ich schweb. Nicht reden. Ja. Schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Jo. Ähm. Noch einmal die Flasche Krimsichterart Kabel. Ich begebe mich nun mal, dass ich mir einen Sitzplatz suche, einen gemütlichen Tisch. Ich begebe mich nun mal für die Flasche. Ja, ich habe dann nun einen netten Tisch gefunden und werde dann nun diese leckeren Speisen mal zu mir nehmen. Also beende ich hiermit meine Führung.